hallo ich stehe hier ein bisschen schief aber es macht ja nichts weil tageslicht und so bin etwas aus der arten weil ich gerade auf der suche nach meiner wichtigen mütze hinunter und wieder hinaufgeschritten bin und puh ja das stinkt mir an als ob ich mir lieb wäre also muss man fast was tun deswegen trinke ich heute auch was ganz sportliches oder so ähnlich jedenfalls das hier habe ich irgendwo gefunden ja aquarius vitality wasser plus magnesium mit wenig kalorien und wie man hier noch oben kann man es nachlesen bisschen blutorangengeschmack also es ist faszinierend weil das sieht aus wie trübe spülwasser wo man farblich nicht so ganz zuordnen kann wenigstens tageslicht halte mir so minimal orange könnte es sein also wasser habe ich es gekauft ich glaube im teddy bin mir gar nicht so sicher also aquarius vitality aquarius ist mehr als wasser eine eine aquarius portion 250 milliliter ist mit 20 prozent des täglich empfohlenen magnesium bedarfs angereichert und trägt zur verringerung von müdigkeit und ermüdung bei also energy quasi wow ein leckeres und erfrischendes getränk mit blutorangengeschmack also wasser plus wenig kalorien 14 pro 100 milliliter steht hier sogar mal extra so dran auch nicht schlecht pro 20 prozent der nrv pro 20 milliliter portion also natürlicher geschmack magnesium trägt zur verringerung von müdigkeit und ermüdung bei als teil einer abwechungsreichen und ausgewogenen ernährung und eines gesunden lebensstils genießen ja das funktioniert nicht so ganz aber was soll es also kalorien immer alles erfrischungsgetränke mit blutorangengeschmack mit magnesium da steht hier zigfach drauf zu tasen wasser zucker fruktose magnesiumchlorid säuerungsmittel alles mögliche zitronen und apfelsäure natürliches orangenaroma natürlich antioxidationsmittel ascorbinsäure säure regionale natrium citrate stabilisatoren e 414 und e 445 farbstoff karotin also das karotin erkennt man hier so ganz vage wie gesagt na gut das ist eine flasche dreieinhalb portionen moment wenn es dreieinhalb portionen sind 0,9 liter ist auch eine kuriose menge kenne ich so auch nicht oh das ist von coca cola aha von cola genehmigt okay also ich habe mal schon diverse sachen über cola wasser gehört dann schauen wir mal wie es denn so schmeckt wichtig glas natürlich dann schütteln soll man es ja scheinbar nicht sieht auch nicht aus ob da irgendwas drin rumflust ja gut orange riecht man ein bisschen immerhin eingefüllt sieht das aber noch aus wie spülwasser für mich trübes wasser mit einem ganz zarten hauch an rosa orange eindruck also sehr blutorangig sieht es nicht aus finde ich dazu jetzt ein bisschen mehr kräftigen farbton gebraucht so dann schauen wir doch mal es ist still es ist sehr wässrig und der orangen placebo geschmack ist ein eben dieses man muss sich mehr einbilden wie das man schmeckt finde ich halt wasser magnesium soll man ja vermutlich gar nicht schmecken bei magnesium muss jemand das weiße kreide zeug denken dass man sich beim turnen in der schule an die hände hat schmieren sollen damit man nicht von der stange fällt schlecht verwechselt das jetzt irgendwie aber bewusst unbewusst ist egal also sicher wird es keine nahrungsmittel sein was man sich an die hände schmiert das ist mir auch klar aber egal also es ist hier einfach wasser ich habe wie immer in den letzten vielen aufnahmen beschämend ich soll es mir echt aufschreiben vergessen was es gekostet hat ich bin relativ sicher es war nicht ganz so billig aber es ist halt wie wie auch ganzen anderen wässerchen immer wenn heißt mit frucht geschmack das ist so ein spuren element im wasser also bin ich erfrischt und weniger müde durch das trinken von diesem ding hier angeblich also gut ich versuche jetzt noch mal einen zweiten schluck ein bisschen zumindest das geht in kühlschrank also nochmal so sieht es aus wenn wir es denn wirklich probieren wollen täte also wenn es wenn es von coca cola kommt dann kann es eigentlich gar nicht so ganz billig sein weil die ja irgendwie luxusprämie wollen finde ich immer noch nicht nachvollziehbar warum die coca cola produkte so viel teurer sind wie die pepsi produkte aber mei also die meinung wird sich nicht mehr ändern befürchte ich das ist einfacher wasser mit ganz bisschen orangen geschmack und da muss ich sagen diese diese mischung diese konstitution die die sagt mir nicht zu ich trinke lieber normales wasser das schmeckt halt nach nichts aber nicht nach irgendwie so nach dem nach einem flüchtigen erinnerung von irgendeinem frucht irgendeiner frucht kann somit sagen braucht es nicht ich werde sicher nicht noch mal kaufen und ihr habt jetzt vielleicht irgendwas von diesem video mitgenommen außer dass ihr jetzt sechs minuten eurer zeit älter geworden seid ich habe auch bei der aufnahme ist ja auch egal demnach schauen wir mal vielleicht das nächste mal wieder was spannenderes hoffentlich bis dahin tschüss